Wie wichtig die Rolle von regionalen Lebensmitteln ist, darüber haben heute Niederösterreichs Bauern bei einem Aktionstag informiert. Clara Tenor, heimische Lebensmittel würden nicht nur die Unabhängigkeit von Billigimporten aus dem Ausland garantieren, sondern auch tausende Arbeitsplätze sichern. In Niederösterreich gibt es 40.000 bäuerliche Betriebe, mit denen etwa 130.000 Arbeitsplätze verbunden sind. Wer beim Griff ins Regal auf Produkte aus der Region setzt, trage somit wesentlich dazu bei, dass diese Arbeitsplätze erhalten bleiben, wurde wie in diesem Supermarkt in Pöchlern im Bezirk Melk betont. Nach Angaben des Bauernbundes konnten beim heutigen Aktionstag fast 40.000 Kunden über den Wert heimischer Lebensmittel informiert werden.